Monster und so Das ist ja auch ne Höhle, fuck, hab ich gar nicht gesehen eben Schade, wir hätten jetzt sterben müssen Bah, ey Bah Du machen Bah, nicht gut Weil Küper eben auch noch explodiert ist Ich hab mich voll erschrocken eben, als die kerhamt wurde Kennst mich doch Nein, ich kenn ich nicht Ey, bist du Also nicht Ich kenn mich selber nicht Der bin ich Ich weiß es nicht Wer und was Was bin ich, hä Was sind das für Arme Was sind das für komische Schlangen an meinen Händen Was Wabbel, wabbel, wabbel Du bist so behindert, ehrlich Ja, und Ich bin verrückt Wurde mir schon gesagt, ich bin klappt Ja Alles gewohnt Na Nein, würdest du nie sagen Nö Du bist verrückt Ja, und Was dagegen Hat's ja noch nicht mal Schon mal gefragt, was dagegen Nein, leider nicht Nein, leider nicht Boah, ich hasse so was Vor allem, nein, leider nicht Nein, leider nicht Das ist auch gut Verarsch dir auch immer Hm Weil wenn die anruft, dann sag ich Wer ist da Wer der ist, hab ich gefragt Und Dennis, dann ruft an Wer der ist, hab ich gefragt Hast du das gerade angerufen? Nein, Gott sei Dank nicht Nein Aber wenn ich die mal anrufe Ruf ich mal Warte nochmal Dann sag ich Wer der ist Wer der ist, hab ich gefragt Aber langsam wirst du sie das doch schon wissen, oder? Nein Ich fällt da immer drauf rein Okay Ja Ja Die weiß ist, wenn ich das sage Weiß ist aber Ja Private Nummer Mhm Finden ja viele Leute an Ja Das machen wirklich viele Leute Angst haben ihre Nummer Weißt du, du kennst die Leute Er hat doch deine Nummer Ja Umgroß wie hinten Ja Weiß ich nicht Keine Ahnung Einfach so Nö, da hinten war ich schon mal Hinten ist ne Fackel Oder Centos war da hinten Wird schon wieder dunkel Bin rechtzeitig hochgerannt Oh ja, wird wieder dunkel Also bei mir ist das, wenn das gerade auf Schräg anfängt, hoch Dunkel zu werden Ah, ich könnte aber gleich da Dann wird das bei mir dunkel Hochlaufen, aber noch Nein, da unten Nein, es war klar Es war klar, dass da unten Lava ist Lava nicht Da war er nicht Schabalaba Schabalaba dingdang Schabalaba dingdang Schabalaba dingdang Schabalaba dingdang 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 Jingdang Ja, ja Wo ist das? Ja Wo ist das? Du bist Alright, Zombies Natürlich einer mit Goldrüstung Ist das nicht Hat doch was Ich will auch die Goldrüstung Wäre egal, wenn man die kriegen kann Die Hose und die Leggings habe ich bekommen Die Hose und die Leggings Was denn jetzt? Die Hose und die Hussplatte so rum eigentlich Die Hose und die Leggings Ja Die Hose und die Leggings Was hast du bekommen? Die Hose und die Leggings Zentos, Respekt Ja Hose und Leggings Eigentlich wollte ich sagen, die Leggings sind die chestplate, aber naja Irgendwie Die Hose und die Leggings Die Hose und die Leggings Ich glaube, wir nehmen schon zu lange auf Was hast du bekommen? Hose und Leggings Oh mein Gott Ich habe auch schon gesagt, Feuer ist aus Feuer, was? Feuer ist aus? Ja, Feuer ist aus Die soll Feier ausgehen, wenn es noch nicht mal an war Wir machen wir nicht immer so Oder einer führt eine Liste Wer bekloppt Wer immer bekloppt spricht Irgendwelche bekloppten Sätze von Langeweile Nimmt man sowas, wenn man sowas macht Und das wird immer aufgeschrieben Zentos ist Nabuan Du hast eine ordentliche Liste schon zusammengekommen Ja, du bist Nabuan, ne? Nö Klar Nein Doch Nein Doch Ja Fumfumfum Ja, ja Skelettepassi Fumfumfum 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 Fumfumfumfum Fuck Lalalalalala Sein Moos hat Schweinebacken Lalalalalala Er mag besonders Kühe Merkwohm Ich hab grad ne Fledermos Fledermos Wobei ich draußen bin Mh Yay Was denn? Hab ich was verpasst? Hab ich irgendwas verpasst? Nö, nö Und das ganze Wettsommi raus Das kotzt mich an Yay Hi Speedy Speedy Gonzales Also könnt ihr eigentlich die kleinen Zombies sein? Also Speedy Gonzales Okay, du hast Langeweile Kennst die? Kennst doch die Mausen Oder nicht? Speedy hey, Speedy ho, Schnitzel, Maus von Mexiko Maus von Mexiko Klaaaaar, kenn ich sowas Ja Die Jüngeren jetzt, die kennen das bestimmt gar nicht mehr Doch Sollte man kennen Weißt du? Oh, nicht ja Mein Skelett Sorry, tun wir jetzt einfach Das Rrrrrratztown rein Hier noch paar Rrrrratsztown Die tue ich mal hier rein Ne dreckiger, Creeper Yep Dirty Creeper Dirty Creeper Bitch Dirty Creeper Bitch Dirty Creeper Bitch Dirty Creeper Bitch Ne, ist klar Ich auch so Head zombie Peniskopf Ja, ja, ja Aha Da 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 Aha Da 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 Watt ist Diet, watt ist dat Da 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 Tschüss Kriefer Oh Alter, war da wie die Zombie geil Ich kam so an grad, ich boxe den einfach weg und ist auf dem Boden aufgeklatscht Ah wie schnell Klatsch Und gestorben, ne? Ja, klar Alter, noch ein Krieferloch Ja, ein Krieferlöcher, for the win Hey Ich hab wirklich sobald so ne, auch noch so ne Kriefer Du kannst ne Krieferloch Gewerkschaft aufmachen Ja Meine Sprengarmee ist das Ja Ihre Häuser werden im Nu gesprengt Einmal gegen schlagen und dann explodieren lassen Du haftest die Kriefer an so ne Wand fest und dann haust du einfach drauf Ja Und dann mach das einmal bumm und wechseln sie Leck ist das ganze aus Bada 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 mhaus Bye Noch mehr Zombies Hallow Na ihr Viecher Eine Runde essen Wollte ich das sagen Ja 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 Mir auch Spinnparade Warte mal, ich sammle ich mal alle ein Kommt mal alle mit Ok, das ist doch zu viel 4 Skelette Ich wollte eigentlich ganz viele Spinnen einsammeln Aber dann kamen mir so ein paar Creeper im Weg Bei mir 4 Skelette Und Zombie von hinten Zombie ist langweilig Musst du das sagen, was kommt Ich hab mich umgedreht In dem Moment, wo ich auch meinen Bogen gespannt hab Yay Yippie Und 4 Herzen noch, Yippie Und schon wieder Level 10 Level 22, juhu Geben wir mal bitte die Level ab Boi Creeper bleib doch mal stehen du Drecksvieh Geben wir mal bitte die Level ab Nein Ok, jetzt noch nur 19 Kriegst nix Nein, schade Hi Komm Ich dachte ich krieg mal ein paar Level ab Aber wie kriegst du gar nix Volume nicht Volume nicht Dallum Dallum Du dummer Hund Ok Hi Geronimo Creeper Komm Stipp Ok das sieht voll geil aus unter Wasser Aber das ist so Ja halt wie unter Wasser ne Ist alles verschwommen Warum war das so wackelt noch dabei ne Ja Aber es ist ja richtig Ich siehst es ja verschwommen Ja Gut du kannst es unter Wasser richtig sehen Aber es ist ja Normalerweise siehst du ja unter Wasser und der Taucherbrille nix Ja Deswegen ist das schon gut ausgeglichen mit dem Wackeligen Ja Stimmt Heiz Zombie Lieber sehe ich was als äh Nix zu sehen Ja das stimmt Scheiß auf die's wackeln Scheiß drauf Creeper Nein Komme ey Heiz Zombie 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 Stepp Mein Creeper du verpiss dich Bam Heiz Zombie Achja Anderthalb Level noch Kann ich dir abgeben Kann ich dir gerne geben die Anderthalb Level Bauer nicht Von dir nicht Ok 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 Ich sterbe Jetzt sterbe ich wirklich Diesmal nicht ohne wenn und aber Ohne wenn und aber Stirbst du? Naja ich lauf wieder in Skelett Ich lauf überall in Skelette rein Ja Wird immer schlimmer hier Das ist ja auch schlecht Ich würde志 Ich würde nur Zombies und Spinnen kill Nein market Creeper Zombies oder spinn naja Spinnen und Zombies reicht mir und Creeper vielleicht auch noch, die kann man noch so gerade wegboxen Sterb! Sterb! Bevor das Männchen Tag wird und die verbrennt Boah, älsche Spinne Ich würde eigentlich aufs Keletts schießen, aber naja Halt die Spinne getroffen in dem Moment, weil sie hochgesprungen ist Ich weiß nicht, wo ich so viel Schaden bekomme, ich habe keine Rüstung mehr Und weil du einen Schaden hast Das ist natürlich auch nicht schlau, keine Rüstung mehr zu haben Ja, das stimmt Oh, da will ich nicht hin So Egal, 15 Level Schade, dass man die jetzt nicht einspeichern könnte So mit Rechtsklick auf einer Flasche Level 30 Ich will auch wieder Level 30 haben Ab nach Hause Boah, verpiss dich, du Creeper Ja, Creeper Zombie 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 Und noch ein Gewerbe aufgemacht Nochmal Küperloch Das Küpersprengloch-Gewerbe für sie spreng ich auch den weg frei für sich sind wir immer wieder für ihre wege ihre wege führen für ihre wege werden von uns freigesprengt kommen sie sicher durch ihr leben egal ob einfach weg springen lassen und dann können sie weiter gehen wird nur teuer ja meinst du doch muss ja dann die mauer wieder reparieren box eine minute noch aber ich glaube würde sagen dass wir hier die aufnahme beenden wir bedanken uns fürs zugucken heute nicht heute nicht heute nicht heute nicht heute nicht nein oder nicht obwohl nimmt nehmen sie die nehmen sie drei zahlen zwei abos das ist heute im extra angebot heute samstag ok